Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 33-tägige Andacht zu Ehren der verlassensten und ärmsten Priesterseele im Fegefeuer. Fünfter Tag. O Jesus, ich verberge die ärmste Priesterseele des Fegefeuers in die Wunde deiner rechten Hand. O Maria, Schmerzensmutter, ich stelle mich unter deinen Schutz. Durch deine reinsten Hände opfere ich nun dem ewigen Vater 33-mal das kostbare Blut Jesu auf für die ärmste und verlassenste Priesterseele des Fegefeuers, die am meisten leidet und für die niemand betet. Bitte und flehe mit der ärmsten Priesterseele für mich zu Gott, damit mir bald Hilfe in meinem jetzigen Anliegen, Anliegen kann man jetzt mal nennen, gewährt werden. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, den im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. So als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, der im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Weg vor ihrer meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterse, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, Erhöhung in meinem Anliegen, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am verlassensten ist und am meisten zu leiden hat. Und du büßende Priesterseele, erbitte mir, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Erhöhung in meinem Anliegen, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen, so als dem Willen Gottes entspricht Erhöhung in meinem Anliegen, so es dem Willen Gottes entspricht. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Ewiger Vater, ich opfere dir das kostbare Blut Jesu für die Seele jenes Priesters auf, die im Fegefeuer am meisten zu leiden hat und am verlassensten ist. Und du, bösende Priesterseele, erbitte mir. So es dem Willen Gottes entspricht Erhörung in meinem Anliegen. Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen Bede für diese arme Priesterseele Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen Bede für diese arme Priesterseele Bede für diese arme Priesterseele Bede für diese arme Priesterseele Unsere liebe Frau vom heiligsten Herzen Bede für diese arme Priesterseele Bede für diese arme Priesterseele Bede für diese arme Priesterseele Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit, Amen Maria mit dem Kinderlieb Uns allen deinen Segen gib Amen Amen